Ich hab Lust, durch die Welt zu gehen, ich hab Lust, hier nicht länger zu stehen, ich hab Lust, wir endlich mal was anderes bauen, nicht immer so viel von anderen glauben. Das nervt, ihr wisst es doch schon lang, drum seid nun nicht mehr bann, denn nun kommt was völlig Neues, sehr wohl Ungeheures. Davor wird er starren, der heilige Goldbarren, und nun, was nun? Steinchen herr, Steinchen herr, Steinchen herr, Steinchen herr. Hm, 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 hm. So, und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Hihi, willkommen. Hm, ja, ich dachte, ich fang einfach mal so an, passt ja vielleicht. Boah, hier nervt alles. Wow, warum seid ihr so laut? Wow. Ach, da könnte es liegen. Haha. So, und easy wollen wir auch. Und nicht so rumschreien. So soll ja dezent im Hintergrund sein. So, da wären wir auch schon... Oh, das Portal, das... Ich bin da drauf und dran, das irgendwie auszumachen. Geh aus, geh aus, geh aus, geh aus. Na gut, dann nicht. Da hinten sind schon die ersten Golleggers. Golleggers. Hola. Und das Portal nervt mich immer noch. Hey, Portal, warum nervst du denn so? So, eigentlich könnten wir erstmal schlummern gehen. Bevor wir überhaupt irgendwas machen. Ja, Weihnachten ist dann auch überstanden. So, halbwegs. Mit dem einen oder anderen Fettpölsterchen, was man auch immer so mitgebracht hat. Je nachdem. Ich glaube, ich mache das nochmal kurz leiser. Da brezelt mir sonst das Ohr weg. Hallo. Nur ein Endermoney? Hallo, Endermoney. Endermoney, du hast doch wohl nicht unseren... ... unser... ... unsere Erde hier dabei, oder? Endermoney, du weißt schon, dass wir davon nicht viel haben, oder? Mach irgendwie mal lo? Endermoney, willst du die vielleicht wieder hinlegen? Wenn ich dich jetzt töte, dann lässt du das hier einfach nur fallen, ne? Nja, Endermoney. Na ja, du machst das schon. Ich glaube an dich. So. Oh ja, die ganze Creeperbande hier wieder. Ich krieche euch alle. So, ähm... Wo waren wir denn letztes Mal eigentlich stehen geblieben? Äh, hab ich schon wieder gar keine Ahnung von. Also, wie immer eigentlich. Ist hier unten vielleicht irgendwas? Oder? Ja, das müsste eigentlich auch mal weg. Das Wasser hier, aber... ... ich habe auch ehrlich gesagt keine Ideen, wie man es wegbekommen kann. Außer natürlich nach unten tauchen und jeden Block einzeln abschöpfen. Aber da bin ich ein wenig zu faul. Okay, okay, ich gebe es dazu. So, aber die können wir mal ruhig mitnehmen. Das ist die Short-Janet, ne? Die Short-Janet. Schön wäre auch, wenn wir eine... Wie heißt die denn? Ach, die Ho hier dabei hätten. Die Goddard Ho. Hey Ho. Ich sag mal. So schnell kann ich ja gar nicht hier abernten, wie die wachsen. Wie die Kanickel wachsen die hier. Na gut, dann eben nicht. Schlechter Vergleich, ich weiß. Der hinkt ein wenig. Können wir das hier eigentlich auch gleich mitnehmen? Juppa di. Juppa da. Und mir fällt gerade ein, wir haben gar kein Zuckerrohr gepflanzt. Uh, was für ein Vergehen. Aber das kann man ja beheben. Das kann man ja beheben. Du, 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 du. Wir haben natürlich keinen dabei. Das wäre auch ein Wunder gewesen. Wow, er hat was dabei. Ne, glaube ich den nicht. Ne, die sind es nicht. Ach hier. Sugarcane. Majorpane und Sugarcane. Na gut, dann eben auch wieder nicht. Ihr wolltet ja mal, dass ich Flachwitze bringe. Aber... Wow, nichts plattreden hier. Die Musik nervt mich immer noch. Ähm, ach so, die muss ja hier. Genau. Das muss ja ganz normale Erde sein und nicht so eine Barkkarte. Das ist dann zu viel Arbeit für das Zuckerrohr. Zuckerrohr. Murat sagt, Zuckerrohr gut ist, ist guter Zucker. Gesund und für die ganze Familie. Und sagt Murat. Murat sagt, gut. So, so, so. Und so, und so. Gepflanzt. Ja, dann kann der hier auch mal wieder hin. Ich hoffe, das passt mit dem Baum nicht, dass der hier irgendwie Schatten macht und da drunter nichts wächst. Who knows. Aber eigentlich müsste hier ja dann hier unten 15 an Helligkeit sein, wegen Sonnenlicht. Und dann müsste hier trotzdem noch 14 ankommen. Was denn größer als 9 ist oder was man dann da eben so hat. Dings und so. Ich habe mich selbst mal gerade etwas leiser gemacht. Also, sonst gehe ich hier ein. Gut. Dö, 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 dö. Wenn wir schon dabei sind, ähm... In dieser Aufnahme würde ich gerne... Wie immer würde ich eigentlich gerne was machen. Also, was Neues habe ich ja noch nie gemacht. Also, nee. Aber dafür brauchen wir... Ja, Holz eigentlich nicht. Denn der ist ja nicht... Das ist ja nicht so ganz beständig. Da ist, ähm... Hier, Stein schon besser. Hey, Stein abbauen, witzig. Das macht Spaß. Hey, da haben alle Freude dran. Außer ich natürlich. Oh, wie langweilig. Der baut schon wieder Stein ab. Oh Gott, aber du... Ja, aber was kann der denn dafür? Der kann da nichts für. So, und da auch noch einen hin. Ja, die am Wegesrand, die lasse ich jetzt mal. Wollen wir gar nicht so sein. Ähm... Nimm, 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 nimm. Wir haben ganz schön viel Klumbatsch dabei. Hm... Da-da-da-da-dum. Hier. Los, Stevie. Ähm, nee. So, hier so halbwegs positioniert. Mann, das ist aber auch immer kompliziert hier. Ja, ich will da nicht drauf. Ich will... Ja, so, so, so. Ist gut. Ich habe auch eben gerade... Oh, der Rauch, der ist ja ein bisschen störend gerade. So kann ich mich nicht konzentrieren. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Steinchen wir brauchen, wie immer. Aber zu viel sind es ja noch nie gewesen. Hatte ich noch nie das Gefühl. Ich glaube, ich werde in dieser Aufnahme auch mal drauf verzichten, bei allen komischen Liedern mitzusummen oder sie anderweitig zu verunstallen. Nachher kriege ich noch Probleme mit Urheberrecht, weil ich hier irgendwelche... minderwertigen, fiesen Parodien da erstelle. Uuuuuh. Dann ist es auch kein Fair Use mehr. Dann ist das... Ohoho. Ja. Ja, wobei es mir fast auf der Zunge liegt. Oh, ich kann ja gar nicht anders. Naja, die Musiker sind schon so komische Gesellen. Habe ich ja, glaube ich, auch noch nie erwähnt. Achso. Nö, nö. Wobei wir haben... Ich habe da gerade noch einen Stack da unten entdeckt. Ganz rechts. Achso, den da. Und eigentlich ist das schon mal ein ganz guter Anfang. Also, ich will jetzt ja auch nicht so lang hier verweilen, sondern mal was Produktives machen. Wir haben jetzt... Naja, das ist doch schon ganz anständig. Aber bevor wir das machen, werde ich Klumbatsch ablegen. Oh, und Saplings einsammeln. Klaro. Das ist doch... Das ist doch Pflicht. Okay, ich habe es doch gemacht. Wie fies. Das hat uns ja gar nicht gefragt. So, den... Ach nee, wir haben ja eine Schneekiste. Genau, genau, genau. So, nun ein Zuckerrohr und... Das Weed brauchen wir auch nicht. 28 Kürbisse. Hahaha. Das hätte jetzt für die Heilige 24 gereicht. So, und ich glaube, der Rest Holz und so war hier doch bei den Baumaterialien. Yeah. Holz hier hin und dann haben wir nochmal Holz oder so. Cobblestone nehmen wir natürlich mit, äh, Schildchen brauchen wir nicht so. Genauso die, die wooden Plankys hier, die... Spanky Planky. Oh. Oh. Ja. Zäune brauchen wir eigentlich, also drei Stück. Damit kann man sowieso nicht viel anfangen. So, Schaufeln sind auch nicht unbedingt vonnöten. Wir können uns eigentlich auch mal eine Werkzeugkiste bauen. Wobei, haben wir ja schon. Dann wäre nur die Frage, wo tun wir die hin? Am besten irgendwo so Richtung Ausgang oder direkt da draußen hin? Ich weiß nicht. Ja, hier mitten in den Weg ist auch irgendwie nicht schön. Das ist mir immer gar nicht so einfach. Hm. Vielleicht... Nee, erzähl. Genau falsch. Wie war das, äh, Vierchen, ne? Plopp. Yeah. So. Ich werde von dieser Playlist auch irgendwie gar nicht müde. Das ist... Gerlich. So, und jetzt kommen hier mal die Schaufeln. Können wir die oben reintun. Spitzhacken. Ju. Die Ho brauchen wir auch nicht. Und den sowieso nicht. Und, äh, dö, 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 dö. Fackeln sind immer gut. Den Schnee, der kommt in die Schneekiste. Naja, für die drei lohnt sich das eigentlich auch kaum, da extra hin zu rennen. Jetzt haben wir wieder einen Sapling eingesammelt. Juu. Gut, dann wollen wir gar nicht so sein. Ich hab doch auch die Saplings, Lee. Hm, Saplings, ja. So, bei dramatischer Musik... Ach, Tür zu, Tür zu, ganz wichtig. Das war natürlich auch wieder falsch. Falsche Richtung. Bei dramatischer Musik gehen wir in den Nö-Tal. Oh, 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 oh. Da sind wir. Oh, so spannend wie immer. Oh, 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 oh. So, und was mir vorschwebte war... Ho, ho, eine Unterwasserstadt im Lied dazu war. Nein, natürlich nööööö. Nee, ich dachte mir... Der ist ja so langweilig. Da muss der ja mal was machen. Wipp, wipp. Wobei, eigentlich, äh, müsste man da noch was anderes machen. Und... ne, die nicht, aber... ja. Und das auch nicht. Yeah. Passt, glaube ich, ein bisschen besser. Äh, Maus, hallo? Achso, da sind wir wieder. Wer fast hier von der Plattform runtergeladet ist, ist nicht so gut. Das kommt davon, wenn man in anderen Fenstern rumspielt. Ja, ja, ja. Ich bin da ja auch nicht ganz frei von so... Dings und so, wie nennt man das denn eigentlich? Naja, ich lasse mich eben gerne ablenken. Manchmal. Nein. So. Und ich habe bewusst alles zu Hause gelassen. Oder das meiste, was wir nicht unbedingt brauchen. Weil ich hier ja ab und an dann auch gern mal die schießwütigen... Achso, wir müssen hier eigentlich vier breit machen. Die schießwürdigen... Die schießwürdigen Girlies rauskommen. Die uns dann hier... Runterschießen wollen. Die meinen, wir gehören hier gar nicht her. Bin ich aber einigermaßen anderer Meinung. Tja, was für eine Aussage. Einigermaßen anderer Meinung. Wir lernen mal Deutsch, ey. So. Blepp, blepp. Ich könnte es eigentlich auch einbreit machen, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich. In einer... Nein, ich kopiere es jetzt nicht mit Kopie, 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 Kopie. Sondern in einer... Test, äh... Welt habe ich das auch mal gebastelt. Aber... Da brauchte ich denn ja keine Angst haben, irgendwelche Sachen zu verlieren. Das ist ja nicht das Problem, also... Aber hier... Ne, das kann ich ja nicht machen. Oh, schon wieder ein Stack leer. Hahaha. So, jetzt müssen noch langsam hier die 24 Blöcke Sicherheitsradius aufgebraucht sein. Infolgedessen müssten wir eigentlich bald Besuch bekommen. Theoretisch. So. Strahlt das Portal eigentlich Helligkeit aus? Hmm. Idont Knopf. Äh, höh. Okay.